Hey Leute, einige von euch wollten, dass ich MyCity weiterspiele und beim letzten Mal in MyCity war meine Mission, warte bis zum Morgengrauen. Leider bin ich auf den Server gejoint, mit dem wir jetzt gerade fast Mitternacht haben, also habe ich noch ein bisschen Zeit vor mir, die ich warten kann. Aber dann können wir endlich weitermachen mit unserer Mission. Oh, ich habe wohl ein bisschen zu lange gewartet. 8 Uhr müsste ja noch schnell... Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das schnell genug. Ich hoffe, das zählt noch als Morgengrauen. Wie spät ist es? Sprich mit Cain. Okay, schnell, schnell, schnell. Das kommt davon, wenn ich zu lange auf Twitter rumscrolle. Übrigens, folgt nur auf Twitter. Oder auf Threads, keine Ahnung. Twitter ist auch nicht mehr das, was es mal war. Aha. Da hinten ist Cain. Ich habe immer noch die Mission, sprich mit Cain. Perfekt. Äh, Angel, ich kann mit Angel sprechen. Bill? Ich dachte, es wäre ein normaler Spieler. Egal. Mit denen spreche ich jetzt nicht. Ich spreche mit Cain. Hey ho Cain. Ich habe die Itemliste beendet. Es ist wichtig, ein gutes Fundament zu bauen, weil es die Brücke abläuft. Sprich zu schnell, Cain. Steine guter Qualität? Na klar kann ich Steine guter Qualität besorgen. Das ist meine Spezialität. Go to the Building Supply Store. Okay, ich muss sie gar nicht meinen, sondern ich muss sie bauen. Wo ist der Building Supply Store? Am anderen Ende der Map. Alles klar. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Egal. Ich ignoriere es erst mal. Ach, zum Verkauf. Ach so, das sind so eigene Häuser. Ich habe ein eigenes Haus. Ich habe hier aber nichts drauf. Na egal, jetzt habe ich ein leeres Grundstück. Easy. Deswegen sah das doch so komisch aus. Und wir sind wieder bei der Uhr. Jetzt geht es den Hügel rauf. Und hier müsste es doch theoretisch sein. Baumaterialien. Yeah. Oh, da hinten sind Diebe. Ähm, mit denen spreche ich lieber erst mal nicht. Hey Leute, was geht ab? Hier ist gar kein Jason. Jason? Wo ist Jason? Hallo? Äh, Billy, Pablo und Derek. Kann ich hier rüber? Ne, ich dachte schon. Kann ich hier einfach raufklicken, dann sehe ich, wo Jason ist. Jason soll angeblich hier drin sein. Okay. Jason, habe ich dich übersehen? Jason? Bist du tot? Jason, warum? Warum haben sie dir das angetan, Jason? Nein, ich glaube, ich muss den Server wechseln, weil Jason ist nicht hier. Oder wenn ich nochmal raufklicke. Ja, Jason sollte hier sein, theoretisch. Okay, ich wechsle kurz den Server. So, da sind wir wieder. Und da ist auch der gute Jason. Dann sprechen wir mal mit ihm. Was geht ab, Jason? Hallo? Oh, du brauchst ein paar Steine. Ähm. Sorry, ich verkaufe keine Steine. Wenn du andere Baumaterialien brauchst, komm zurück. Warum wurde ich zu Jason geschickt? Okay. Tschüss, Jason. Gut, dass ich mit Billy, Derek und Pablo nicht sprechen muss. Jetzt muss ich wieder mit Kane sprechen. Gibt es die Möglichkeit, sich zu teleportieren? Weil das sind echt weite Wege. Das ist ein Kritikpunkt von mir in dem Spiel. Dass man echt weit laufen muss. Ich meine, ich habe ja gesehen, dass es da einen Typ mit einem Hoverboard gab. Ist auch ganz cool und so. Aber ich habe kein Hoverboard. Ich kann natürlich gucken, ob ich mir eins kaufen kann. Ich glaube, hier hinten müsste gleich der Hoverboard-Laden kommen. Hallo, Daniel. Tschüss, Daniel. So, gucken wir mal rein in den Hoverboard-Laden. Vielleicht kann ich direkt was kaufen für meine 700 Dollar. Hey, Christian. Was geht ab? Willkommen im Hoverboard-Shop, wo Träume fliegen. Doch, ich kann mir eins leisten. Ja, easy. Gekauft. Gut. Ich habe das billigste Hoverboard und das benutze ich jetzt. Geschwindigkeit 1. Ich kann es aber auch upgraden. Okay, es beschleunigt langsam, aber... Ich weiß nicht, ob das so sein soll, dass ich immer noch meine Laufanimation habe. Ich glaube, hier funktioniert irgendwas nicht. Aber ich bin damit zufrieden. Kann man auf jeden Fall machen. Hey, Cain, was geht ab? Wie, Annik, wirklich das Hoverboard? Egal, ich spreche einfach mit Cain. Ich dachte, Jason könnte uns mit den Steinen helfen, weil er einen Baumarkt besitzt. Ah, Personen... Heinrich! Ja, klar, Heinrich kenne ich. Ist der beste Bergmann. Ich wollte sowieso direkt zu Heinrich gehen. Und jetzt wird es doch schon wieder dunkel. Schnell, laufen wir! Yeah! Ich bin Speed. Oh, hallo, Daniel. Oh, ich hätte da reingehen können. Das ist ja auch ein Weg in die Mine. Aber ich will mit Heinrich sprechen. Also gehe ich erst mal auf die richtige Seite der Mine. Oh, der ganze Tag ist schon wieder rum. Nur weil ich einmal zum Baumarkt gelaufen bin. Klassiker. Okay, ich habe das Hoverboard jetzt, glaube ich, anerkippt oder so. Egal. Keine Ahnung. Ich spreche mit Heinrich. Äh, sieh mal, wer da ist! Äh, 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 du bist Kane? Nein, also du und Kane. Ich kann gar nicht lesen. Na klar kannst du Steine bekommen. Du brauchst nur Dynamit. Dann kannst du die Steine explodieren lassen. Das habe ich schon mal gemacht. Habe ich noch Dynamit? Ich habe noch Dynamit. Ich kaufe mir gar nicht. Steht an der Mission. Ja, ich muss zwei Dynamit kaufen. Das ist meine Mission. Okay, wir kaufen nochmal zwei Dynamit. Habe ich überhaupt genug Geld? Ich habe nicht genug Geld für zwei Dynamit. Ich habe genug Geld für ein Dynamit. Und dann gehen wir in mein Inventar und verkaufen mal ein Kristall. So, dann kaufen wir das zweite Dynamit. Lass mich raten, spreche ich mit Heinrich. Ja, natürlich muss ich mit Heinrich sprechen. Weil ohne ihn weiß ich ja nicht, was ich tun muss. Großartig! Geh jetzt in die Abbauzone und spreng die Steine. Oh, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, Heinrich. Du bist so schlau. Krass, mein Hoverboard leuchtet. Ich brauche keine Fackel mehr. Ich will aber eine Fackel. Aha, jetzt habe ich eine Fackel und ein Hoverboard. Hä? Ist das Labyrinth anders? Das Labyrinth ist anders. Machen die das Labyrinth immer serverabhängig anders? Nein. Egal, ich glaube, ich habe es geschafft. Easy. So, dann sprengen wir mal ein paar Steine. Dafür klicken wir auf das Dynamit. Halten. Und dann einfach Item platzieren. Schnell weg! Schnell weg! Sehr gut. Explodiere drei Steine. Und man bekommt dann auch die Steine. Geil. Ich muss wirklich das Hoverboard anequippen, weil jetzt das Movement richtig belüftet. Ich muss noch zehn Steine. Okay, dann nochmal ein Dynamit. Nein, warte, ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Mit dem Hoverboard kann ich nicht klärt an Hilfe. Glück gehabt. Ich kann nicht mehr Items tragen, weil mein Rucksack voll ist. Oh, oh. Egal, ich habe die Mission geschafft. Ne, erhalte zehn Steine. Ich hatte schon Steine und deswegen geht... Alter, nicht dein Ernst, oder? Ich würde sagen, ich esse jetzt erstmal Müsli. Und wir wechseln einmal kurz den Server, damit ich das Hoverboard loswerde. Mein Spiel ist ja noch nicht offiziell fertig. Ne? Also entweder ich bin wieder auf dem gleichen Server oder das Labyrinth ist wieder das gleiche. Vielleicht bin ich auch nur blöd und konnte mich einfach an das letzte Labyrinth nicht erinnern. Wobei, jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Wow. Hat trotzdem funktioniert. So, in meinem Inventar sind noch zwei Platz. Das reicht gar nicht. Okay, ich werde jetzt ein Kristall verkaufen und dann muss ich noch fünf Steine verkaufen tatsächlich. So, jetzt habe ich wieder genug Platz, um die Steine zu farmen, die ich für die Mission brauche. Das ist so dumm gemacht. Na, egal. Schnell in Deckung. Ah, ich brauche nicht so weit weggehen. Ich habe zwei Steine dafür nur bekommen. Dann platzieren wir halt das nächste Dynamit. Zum Glück habe ich so viel gekauft. So, Mission geschafft. Jetzt muss ich wieder zurück zu Heinrich. Nein, ich muss ja einfach Cain bringen. Perfekt. Dann gehe ich hier lang. Endlich mal nicht zurück zu Heinrich gehen müssen. Ey, da ist Daniel. Also, ich glaube, das ist tatsächlich der gleiche Server und deswegen war das Labyrinth gleich. Hey, ho Cain, mein Freund. Was geht ab? Hey. Ich brauche 40 Steine, um das Botenfundament zu starten. Sobald du die Steine hast, bring sie zu mir. Ist das dein Ernst? Gibt Cain 40 Steine? Ich habe 20 Platz im Inventar. Wie kann ich mein Inventar vergrößern? Ich habe 20 Platz im Inventar. Wie soll ich ihm 40 Steine bringen? Hä? Okay, ich benutze wieder das Hoverbo... Okay, es ist immer noch verrückt. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Mission so leicht nicht schaffen kann, oder? Oder kann ich ihn wenigstens schon mal die Steine bringen, die ich habe? Das versuche ich jetzt nochmal. Hey, okay. Ne, kann ich nicht. Er sagt einfach dieselben Sachen wieder. Du musst sie nicht alle auf einmal mitbringen, wenn du keinen Platz im Rucksack hast. Aber... Ich habe sie... Okay, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, an dem Punkt kann ich bei der Cain-Mission nicht weitermachen. Das Spiel wird ein bisschen in einer Rush entwickelt. Die fügen halt neue Jobs, neue Missionen und so hinzu. Aber die vorhandenen sind auch ziemlich verbuggt. Das ist echt schade. Einmal mal gucken, was aus dem Spiel noch wird. An der Stelle kann ich leider nicht weitermachen. Ich spreche noch mit Colt. Colt! Nein! Bleib hier! Übrigens, Colt, da hinten sind so Diebe. Die waren echt gemein. Ich glaube, die wollten was mit Jason machen. Also ich hoffe, du kümmerst dich jetzt um die. Ah, die ist auf dem Weg. Guck mal, ob was Colt jetzt noch so Wichtiges macht. Ich glaube an dich, Colt. Du wirst die Diebe am Alleingang überlisten. Christian war da gerade eben auch unterwegs. Und Angel auch. Aber ich kann mit allen nicht sprechen. Wahrscheinlich, weil ich auf dem Hoverboard bin und deswegen so weit weg von denen bin. Aber ich weiß nicht, wie ich es anequippe. Wie geht denn das? Hä, warte, wo ist Colt hin? Colt, ich dachte, du kümmerst dich um... Colt, bist du jetzt hier reingegangen? Gehen wir mal rein. Oh, nee, kann ich nicht. Okay, das war's dann wohl mit dem Spiel. Hello. Nein, Colt! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Naja, ich glaube, das war's dann erstmal mit dem Spiel. Weitere Videos zu MyCity werde ich wahrscheinlich erst dann machen, wenn das Spiel ein paar Updates gebracht hat und ich mir relativ sicher sein sollte, dass die Bugs gefixt sind. Weil so geht's leider nicht. Das ist echt schade. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder ein Abo. Aber nicht beides auf einmal. Das war's auf jeden Fall. Bis dann und Tschau!